phoenix business searchbrite gmbh medizinische schrauben aus humanem spenderknochen ob durch einen unfall krankheit oder verschleiß erscheinungen bei etwa 15 prozent aller operationen in der orthopädischen chirurgie werden knochentransplantate benötigt searchbrite entwickelte das weltweit erste humane knochenschraubentransplantat das knochenfragmente ohne den einsatz von metall sicher und stabil verbindet wir erhalten das spendermaterial auf trockeneis bei minus 40 grad es handelt sich dabei um einen femur knochen um einen oberschritten knochen der dann nachher zu diesen shark screws diesen knochenschrauben verarbeitet wird die knochenschrauben werden einer qualitätskontrolle unterzogen und untersucht ob nicht risse drinnen vorkommen in weiterer folge wird dann diese knochenschraube bei der operation eingesetzt anstatt von metallschrauben der große vorteil der knochenschraube besteht dann darin dass diese knochenschraube mit dem anderen knochen im knochenbett verwächst und dort so einheilt dass sie nach einem jahr nicht mehr sichtbar ist der patient erspart sich damit die metall entfernung ein weiterer großer vorteil ist dass die schraube auch an der oberfläche abgestetzt werden kann auf knochenniveau und damit das material das rundherum liegt das weichen material also sehnen muskeln und nerven nicht mehr gereizt werden das heißt auch die infektionsgefahr wird dadurch vermindert und ein dritter vorteil ist dass der chirurg bei der operation wie jeden anderen knochen diesen knochen auch abschneiden kann und auch auf oberflächenniveau abfräsen kann search bright wurde im jahr 2016 gegründet und bietet enormes einsparungspotenzial für gesundheitssysteme weltweit